Paddy ist im Phantasialand auf der Suche nach dem geheimnisvollen Drachenschatz. Aber wo mag der wohl versteckt sein? Äh, haben Sie vielleicht eine Ahnung? Ha, ein Detektiv, der weiß Bescheid. Bravo, der kann mir helfen. Sag doch mal, wo soll ich denn noch nach dem Drachenschatz suchen? Erstmal ein paar Leckereien aus der kaiserlichen Tortenfabrik, aber das sind doch die ganzen Mäuse und die fessen immer alles weg. Nee, da müsst ihr mir helfen. Auf togo.de müsst ihr zeigen, dass ihr schneller als die Mäuse seid. Mit etwas Glück könnt ihr diese Woche einen Familienurlaub im Phantasialand oder ein drachenstarkes Drago-Fanpaket gewinnen. Außerdem habt ihr die Chance, den großen Drachenschatz zu finden. Viel Erfolg! Die Suche nach dem Drachenschatz Paddy ist im Phantasialand auf der Suche nach dem geheimnisvollen Drachenschatz. Aber wo mag der wohl versteckt sein? Nee. Ach, guck mal, wissen Sie vielleicht, wo... Okay, danke. Nee. Schneck, mein alter Kumpel, was ein Schreck. Wo ist der Drachenschatz? Was, die soll? Ach, nö, wirklich? Ich glaube, es ist besser, wenn ihr mir helft. Auf togo.de müsst ihr herausfinden, mit welchem Wasserhahn man das Wasser für River Quest anstellt. Mit etwas Glück könnt ihr auch in dieser Woche einen Familienurlaub im Phantasialand oder ein drachenstarkes Schneck-Fanpaket gewinnen. Außerdem habt ihr die Chance, den großen Drachenschatz zu entdecken. Na dann, viel Erfolg. Die Suche nach dem Drachenschatz Paddy ist im Phantasialand auf der Suche nach dem geheimnisvollen Drachenschatz. Aber wo mag der wohl versteckt sein? Ich bin ganz nah dran, spüre ich. Ich glaube, da oben habe ich eine viel bessere Aussicht. Das Quetzal! Hey, Quetzal, was muss ich noch alles machen, um den Drachenschatz zu finden? Oh, das wird aber gar nicht leicht. Aber mit eurer Hilfe klappt das auf jeden Fall. Auf togo.de könnt ihr beim Lauf quer durch Mexiko die finale Herausforderung meistern. Mit etwas Glück könnt ihr außerdem diese Woche einen Familienurlaub im Phantasialand oder ein drachenstarkes Quetzal-Fanpaket gewinnen. Außerdem habt ihr die Chance, den großen Drachenschatz zu entdecken. Dann haben wir den Drachenschatz bald schon gefunden. Die Suche nach dem Drachenschatz Paddy ist im Phantasialand auf der Suche nach dem geheimnisvollen Drachenschatz. Aber wo mag der wohl versteckt sein? Weißt du vielleicht, wo der Drachenschatz versteckt sein könnte? Wo geht's denn jetzt hier zum Drachenschatz? Fini, meine Rettung, hast du vielleicht einen Tipp, wo ich suchen kann? Du willst mir erst helfen, wenn ich mich als Vakobato-Meister beweise? Aber das kann ich doch gar nicht so gut. Aber ihr könnt mir bestimmt helfen. Auf togo.de müsst ihr im Vakobato-Game euer Geschick beweisen. Diese Woche könnt ihr mit etwas Glück einen Familienurlaub im Phantasialand oder ein drachenstarkes Fini-Fanpaket gewinnen. Außerdem habt ihr die Chance, den großen Drachenschatz zu entdecken. Viel Erfolg! Die Suche nach dem Drachenschatz Und das ist ein Schatz. Und das ist ein Schatz.